Schon wieder zeigen ganze Geschwader ranghöchster Mainstream-Medien ihre Angriffslust gegen Ivo Sasek und seine Werke, KlarTV, AZK, OCG und so weiter. Weil die Angreifer gerne alle gegen einen spielen, sodass kein Normalsterblicher deren Verklagungsfluten gerecht werden könnte, holt Sasek wieder einmal Tiefluft. Nur einmal für alle. Aber richtig. Journalisten, zieht euch warm an. Jetzt bläst ein anderer Wind. Nachdem diese Tage wieder ganze Mainstream-Geschwader ihre Angriffslust gezeigt haben, dass ich nicht mal Zeit finde, die einzelnen Fragen alle zu beantworten, mache ich das hier wieder einmal, meine Stellungnahme gleichsam im Verbunde vor der Kamera. In zahllosen KlarTV-Sendungen, auch insbesondere in jenen der jüngsten Vergangenheit wieder, haben hochrangigste Fachkreise aller Gattung unwiderlegbare Beweise wieder einmal vorgelegt, wie der Mainstream-Journalismus, und zwar inklusive den öffentlich-rechtlichen, gleichsam als handlanger, hochkrimineller Seilschaften, fungieren. Ich weiss, das hört ihr jetzt nicht gern. Diese eng mit Big Pharma verbandelten Seilschaften stehen unter zunehmendem Verdacht, sogar strategische Völkerauslöschung zu betreiben. Um den diesbezüglich seit Jahren geforderten öffentlichen Diskurs zu verhindern, war euren Arbeitsgebern und somit aber auch euch bislang wirklich jedes Mittelrecht. Anstatt die mittlerweile Millionen Schreienden zu unterstützen, ich sage mal gleichsam zu erhören, die ja schon seit Jahren einen diesbezüglichen öffentlichen Diskurs fordern, zieht ihr es konsequent vor, lieber all jene kategorisch zu verunglimpfen, die einen solchen Dialog fordern? Was ist das? Seht ihr es tatsächlich nicht, wer damit euren eigenen Berufskodex kreuzigt? Oder wollt ihr es einfach nicht sehen? Zu eurer Warnung erinnere ich euch nochmal an Folgendes. Noch heute werden bald hundertjährige Büroordonanzen eingesperrt, weil sie sich ihren damaligen SS-Vorgesessen nicht offen verweigert hatten. Obgleich dies, sie schwören heute darauf, sie haben nichts von all diesen Verbrechen gewusst. Ihr Journalistinnen und Journalisten werdet so etwas allerdings nie behaupten können. Allein schon deshalb nicht, weil ich mit KLA-TV zusammen längst 1226 wesentlichsten Mainstream-Redaktionen im gesamten deutschsprachigen Raum unsere zwölf aufschlussreichsten KLA-TV-Recherchen zugesandt habe. Somit sind all diese, eure Chefs, im Besitz hunderter hochrangigster Beweisführungen, die bislang unwiderlegbar von einem weltumspannenden Verbrechen an der gesamten Menschheit zeugen. Sämtliche Redaktionen im deutschsprachigen Raum sind also darüber frühzeitig, rechtzeitig, mit allem Nachdruck in Kenntnis gesetzt worden. Somit müsst aber auch ihr, Journalistinnen und Journalisten, die Warnungen eingangs benannter Koryphäen aus ranghöchsten Fachkreisen aller Gattung haargenau kennen. Falls ihr das allerdings jetzt wieder bestreitet, sage ich, schaut euch doch gleich unsere KLA-TV-Sendungen ab heute rückwärts an und ihr seid im Nu im Bilde. Ich fasse zusammen. Laut überaus ernstzunehmenden Zeugen – zwar seitens der Wissenschaft, der Medizin, der Rechts- und Sicherheitswesen und, und, und – steht auch ihr, Journalistinnen und Journalisten, unter zunehmendem Höchstverdacht, willfährige Komplizen von Schwerstverbrechern zu sein, die gerade ein weltweites Verbrechen begehen, wie es ein solches in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben hat. Und solange bis diese unwiderlegbaren Fakten, die diesen Verdacht täglich mehr erhärten, nicht durch euch selber zum öffentlichen Diskurs geführt werden – das ist nämlich eure Pflicht – erachte ich jede weitere Beantwortung eurer, ich sage mal, listigen Fragerei regelrecht als Steilvorlage für ein Ablenkungsmanöver, das ein Verbrechen an der gesamten Menschheit nur noch begünstigt. Versteht ihr? Da mache ich einfach nicht mehr mit. Ich rate, jeder Journalistin, aber auch jedem Journalisten macht es so wie euer ARD-Kollege Oles Kambrax, macht es so wie er. Er hat einen offenen Brief im Oktober 2021 mit den Worten eingeleitet, ich zitiere, ich kann nicht mehr schweigen und wortlos hinnehmen, was seit nunmehr anderhalb Jahren bei meinem Arbeitgeber, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, passiert. Zitat Ende. Ihr könnt das nachsehen, www.klar.tv, die Nummer 20225. Seht ihr, nur wer es ihm gleich tut, kann möglicherweise seinen Kopf noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen, um sich vor einer mit Sicherheit kommenden Abrechnung durch einen bereinigten Weltgerichtshof zu schützen. Jetzt noch einen ganz persönlichen Grund, warum ich eure Fragen bezüglich meines Sohnes nicht beantworten kann. Das ist folgende. Ich habe ihn, wie jedes meiner elf Kinder, jeden Tag seines Lebens innigst geliebt, daher auch täglich geherzt und ihn bis zur Stunde seines plötzlichen Abschieds immer wieder gebeten, nie zu schweigen sollte es ihm auch nur im geringsten irgendwo mangeln. Beim Abschied haben wir uns ein gegenseitiges Friedensabkommen gemacht, getroffen miteinander, nämlich nie etwas von uns zu geben, was dem anderen in irgendeiner Weise schaden könnte. Mit meiner Zurückhaltung halte ich mich hiermit auch an dieses Friedensabkommen. Darum beantworte ich diese Dinge nicht, die ihr fragt. Ganz besonders aber auch im Blick auf euch Medienschaffenden, die ihr in immer wirklich herzloser Weise die Wahrheit verdreht und die von euch betrogenen Völker in immer böswilligerer Art gegeneinander verhetzt und spaltet. Ich sage dies aber alles nicht aus Hass, glaubt es, sondern aus echter Liebe, sonst hätte ich mich gar nicht erst mir die Mühe gemacht, euch der Wahrheit wieder einmal entgegenzuführen, wie ich es gerade eben wieder versucht habe. Ich bin Ivo Sasek, der seit 44 Jahren vor Gott steht. ... folie